...abbiegen könnte. Damit soll auch teilweise etwas gegen den Stau getan werden. Also ich wüsste alleine in Braunschweig so 20 Straßen, wo das wirklich was bringen würde. Straßen, wo das wirklich was bringen würde. Bußgeldbescheide werden ab jetzt abhängig vom Lohn der Person vergeben. Es ist nun mal so, dass es mir zum Beispiel vollkommen egal ist, wenn ich mal beim Falschparken erwischt werde oder mit 20 zu viel geblitzt werde.